Das ist okay. Hauptsache man hat Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, ja. Ich bin halt anders als die anderen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Die ganze Geschichte mit mir. Herr Jesus Christus, schenke Ihnen Liebe, Weisheit, Kraft, Verständnis füreinander, Vergebungsbereitschaft und ein treues Herz. Ich habe so Angst, wie es mit mir weitergeht, was jetzt passiert. Und in Dirk Halle. Dem kann auch schön sein. Komm her, du alter. Hallo. Okay. Ich habe mir immer einen kleinen Bruder gewünscht. Ich gehe nicht an meine Klasse, sicherlich. Das wird nicht passieren. Du weisst es einfach. Ich war nur auf der Straße und jetzt bin ich nur noch bei ihr. Bruder, hör mir zu. Ich bin Rap-Club. Wenn ich auf der Bühne am Staatshof in den Wagen komme, dann mein Name ist Spaller, dein Vater. Ich bleibe stabil. Was ist ein gutes Leben? Ich habe keine Ahnung davon. Aber die Luft will ich auch mal riechen. Nachdenken. In den Kurzen